ja herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge supermarkt simulator im ende des letzten folge haben wir unser lager gekauft wir müssen von unserem kredit heute die letzten beiden raten zahlen und dann schauen wir mal was der tag noch so bringt erst mal müssen wir das bleichmittel und puderzucker ist teurer das müssen wir als erstes machen 50 und puderzucker 50 dann gucken wir was hier noch geändert hat sich noch mehr geändert durch gesehen kaffee ist billiger geworden und shampoo kaffee und shampoos haben wir nicht so dann bringen wir schon mal die ersten kisten ins lager ich versuche immer zu sortieren handseife ich gucke mal was ich jetzt bestellen wollte wir brauchen eigentlich auf jeden fall kaffee das wollte ich bestellen nehmen wir einmal kaffee daraus auch einmal raus dann brauche ich unbedingt noch wir schauen ja nicht erst mal was wir hier aufführen können ok 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 da hat man noch mehr ok 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 In Ordnung. Gleichmittel. Okay, Pappas Kuchen. Haben wir noch? Ja, das muss ich auch schon einmal gehabt haben. Toolsport. So. Rotes Mehl. Wollen wir das bestellen? Gucken wir noch weiter. Orangendaft. Apfelsaft. Wollen wir das? 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 Das war's. Das war's. 18 Produkte haben wir jetzt hier auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall unser Lager ein bisschen aufgeräumt. Wie wir sehen, verbraucht es natürlich sehr viel Zeit. Jetzt schauen wir mal was wir haben. Uns fehlt auf jeden Fall Kaffee und die Krispys. Puderzucker. Gucken wir mal hier. Puderzucker dazu. Da brauchen wir 300 Dollar. Dämmen wir einfach mal die Kasse auf. Da brauchen wir noch Öl und... Dämmen wir mal. Was ist denn ich die jetzt erstmal einnehmen? Da war ich nur noch 28 Grad. Den kann ich hier auch gleich nochmal. Dämmen wir mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Crispy Crispy Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier ein kleines Problem mit der Kasse Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ähm Somit würde ich das jetzt hier vorsteig benden Wir werden sehen, was jetzt bei rauskommt Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zuschauen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Da sieht man, dass es eine Early Access ist Vielen Dank und lasst einen Daumen nach oben da und ein Like und ein Abo Ciao Ciao